Die Antideutschen 所nen Wie ist das Såneun bourgeter Ab, up, up Ei! 아 나 Ab! 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 We ut' die pénichterste Scheiße Deutschland, du wieseste Scheiße! Griechische Möbel für die Polizei! Griechische Möbel für die Polizei! Das ist unglaublich! Wirklich unglaublich! Sofort, ohne irgendwie zu zögern, Bums! Also wirklich! Ein Humeiß für die Maßnahmen, die hier gerade laufen, das Zeigen dieses Plakates, stellt eine Straftat dar, was die Polizei und die Polizei nicht hinnehmen wird. Das ist die Humeiß! Das ist die Humeiß! Das ist die Humeiß! Griechische Möbel für die Polizei! Ein Humeiß für die Maßnahmen, die hier gerade laufen, das Zeigen dieses Plakates, stellt eine Straftat dar, was die Polizei nicht hinnehmen kann und die stehen im Blut und deswegen wird dieses Plakat jetzt beschlagnahmt. Was hat sie gesagt? Das Plakat wird beschlagnahmt! Das Plakat wird beschlagnahmt! Das Plakat wird beschlagnahmt! Das ist Deutschland, du bist scheiße! Welches Plakat war das? Deutschland, du bist scheiße! Dieses ganz lange Plakat, was da die ganze Zeit hing! Habe ich das gelesen? Was war drauf? Deutschland, du bist scheiße! Das wird jetzt beschlagnahmt! Die lassen die da kein Deutsch oder was? Ne! Warum? Weil die gerade das anti-deutsche Plakat da beschlagnahmt! Es hieß Deutschland... Deutschland, du bist scheiße! Ich stand da drauf! Die Aktion an sich war sowieso scheiße! Aber das deswegen zu beschlagnahmen... Finde ich grenzwertig! Finde ich absolut grenzwertig! Finde ich absolut grenzwertig! Und nochmal die Polizei... Noch ein Hinweis zur weiteren Vorgehensweise... Alle Personen, die jetzt an dem Plakat gestanden haben... Von diesen Personen wird die Polizei die Identität feststellen... Und dann werden diese Personen hier vor Ort wieder entlassen... Ich wiederhole nochmal... Alle Personen, die jetzt an dem Plakat gestanden haben... Von diesen Personen wird die Identität festgestellt... Und dann werden diese Personen hier vor Ort wieder entlassen... Wir haben dich zum Kotzen satt! 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 Deutschland, Deutschland, Deutschland! Deutschland, du alte Scheiße! Also was genau wollen jetzt beschlagnahmen? Hier nochmal der Hinweis zu den polizeilichen Maßnahmen, die gerade laufen. Das Transpie wird jetzt eingesagt, die Genossinnen, deren Identität wird festgestellt, sie können dann gleich mitlaufen. Deutschland ist Scheiße, jeder liebe Weiße! Das Transpie wird jetzt eingesagt, die Genossinnen, deren Identität wird festgestellt, sie können dann gleich mitlaufen. Wir lassen uns diese Schikane nicht gefallen. Der Straftatbestand von Verunglücklichung des Staates ist ja wohl witz.